hoppala er hat sich steam irgendwie aufgemacht Koffer, das Bild ist wieder da zack so wie war denn das hier? ähm ich glaub hier mal rumlaufen war das immer so und dann... oh das war knapp, alter hey das ist die Kugel ganz... verschwinde da das ist nicht meine Kugel was war das? ja, der hat mich auch grad gefuckert aber egal wir haben es geschafft und den nächsten Kapitel im nächsten Part weiter also haut da rein habt viel Spaß bei dir bis zum nächsten Mal bis dann drei doch